Musik Geht mal ein bisschen dichter ran ihr zwei Die Feuerlöscher will ich nicht Ihr beide geht nach, hallo? Geht nach hier so in etwa Und du löschen Achso, äh, oh, das sieht cool aus Gut, ups Den will ich Lüsch da oben Du kannst einmal den Baum löschen Und dann muss ich mich hier einmal kümmern Wasserrettungswagen So, rinn ins Wasser Und hol den da mal raus Mach das mal, danke Sehr schön, Feuer aus Oder was? Was löschen die da? Ne, das sind zwei Gebäude in einem Was löschen die denn da? Feuer aus Sehr schön So Hat er ihn? Ne, ist noch auf dem Weg Gut, du baust ab Und dann sage ich gleich einmal 12.0 abrücken Und 22 Steigen wir mal aus 5.0 Einmal deinstallieren noch Und dann passt das Stopp, 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 stopp Bleib hier Gehen wir auf die andere Seite der Brücke Oh, Gewitter Dann gibt es doch bestimmt gleich Blitzschlag Oh, es hat laut Muss ich jetzt durch Absitzen Es wurde ein Brandausbruch gemeldet Ursache unbekannt Löschen Sie die Brände Ich tippe auf Blitzschlag Wer warst du hier noch? Rosendorf Wedel Wo denn da? Feuer klein ist das Würde ich fast behaupten Gut, den Eimer bitte Achso HLF wird alarmiert Das gleiche hier So, den hätte ich gerne gleich mal Absitzen Feuer Da muss ich wahrscheinlich mit Da muss ich doch wahrscheinlich mit Dings ran Ich komme da aber auch nicht rauf auf das Gelände Das ist doof Löschen Löschen Feuer So, jetzt ist es ein bisschen leiser Das finde ich gut Der Regen hat aufgehört Jetzt war rauf aufs Gelände Das reicht nicht Also muss ich die dreimal Feuer lösche Will jemand da schicken Bist du da draußen? Ja Komm, hol ihn dir Gut, der Löschzug kann abrücken 33.0 Abspann Ihr könnt auch parken B-Dienst bleibt noch vor Ort Pol bleibt noch vor Ort NEF bleibt sowieso noch vor Ort Fahrzeug 33 Hört Mösch mal den da So Geht ihr mal ein bisschen dichter ran Damit ihr auch was tut Gut Sieht gut aus, ja Den B-Dienst auch abspannen Pol auf Streife Rettungsdienst schafft das So Ihr drei Bitte nach da Einmal ein bisschen Feuerlöscher Power zeigen hier Die Seite Du nach da Und du Nach hier Ich hasse dieses Feuerlöschergeräusch Das ist so laut Schlimm So Na, brauche ich das NEF bestimmt, ne Patient nach Suizidversuch Sitzend Aufgenommen Sehr schön Parken So, ihr schon mal Ah, wieso hat er den Wedel nicht geschickt? Also Rotenburg Roten Burgs Ort Wedel 2 Wieso hat der Wedel denn nicht Du bist jetzt 23-2 Und der 22-1 So hab ich jetzt Ja Ja, der 41-1 kommt doch eh gleich wieder zurück Oder nicht Du nach da Du nach hier Polizei schon vor Ort Ich brauche einen zweiten Rettungswagen Da hätte ich gerne einmal die Pole Auf den Kiez So, hier Der Wedienst muss ich auch immer in den Weg stellen, ne Kannst du uns auch nochmal Blinklicht anmachen? Hat er keinen Extraschalter fürs Blinklicht? Äh, nö Naja, egal Ich brauche noch RTW NEF Guck mal hier, die können auch nochmal umleiten Muss ich da umleiten? Sieht nicht so aus Ah, guck mal hier ist eine Zugstrecke Mit Zug Fährt bloß keine Das ist aber nicht die Ist das im Original auch so? Ich weiß jetzt gar nicht Also in der Das ist ja die Deluxe Ist das die Deluxe Map? Ne, ne Das ist die Original Map Original ist hier oben noch die Bahntrasse, oder nicht? Ich weiß es nicht, oh Ich weiß gar nicht, weil ich das letzte Mal Original Map gespielt hab So, wie sieht der aus? Sehr gut Was kann eigentlich der B-Dienst? Zeig mal Ah, der kann Feuer hochstufen Und kann sogar selbst das machen Das hört sich doch gut an Fahrzeug 38 So, wie weit bist du? Gut aus Den da könnt ihr schon mitnehmen Oder? Ja, der ist voll Du bist doch auch um diese Uhrzeit schon wieder voll Das kann doch echt nicht wahr sein Immer diese schlechten Witze, Anton Hör doch mal auf damit Was ist das? Hubschraube Hubschraube Landepunkt erstellen? Ja? Was ist das? Oh Gott, ich muss Oh, da musste ich ganz schnell niesen Was macht der da? Was baut der da? Ich hab keine Ahnung Gut, dann könnt ihr den noch mitnehmen Patient mit Polytrauma Liegend aufgenommen Klinikum Nord Patient mit Polytrauma aufgenommen Klinikum Nord So, dann kann der Hubschraube Landepunkt erstellen? Fahrzeug 38 20-1 Fahrzeug 11 Fahrzeug 10 Da ist der 22-0 Zack, absitzen Ah, ist ja cool So, du bist 23-1 Äh, 23-2 Parken So, dann sammelt man die ganzen Leute hier von der Straße Das ist eine Straße Hier fahren Autos Kommt mal runter von der Straße Denn hier fahren Autos Zack, zack Wir haben noch mehr auf der Straße irgendwo Ja, da hinten Ups, nein, das wollte ich jetzt gar nicht Gut Guck, die dringeln sich einfach am Polizeiauto vorbei Ich glaub's ja wohl Mann Das geht ja mal gar nicht So, die leicht bekleideten Frauen hier, alles So, Streife Achtung Randalierende Zivilperson Fest Wo? Und abtransportieren Wenn nötig Versorgen Sie alle Opfer Und transportieren Sie sie ab Fahrzeug 20 Fahrzeug 22 Ach, guck mal Fahrzeug 14 Bin unterwegs Fahrzeug 14 Dort gemacht Roger Einmal Rettungsdienst Und einmal Pol Zur Einsatzstelle Kannst parken Stop Wo ist dein Kollege Fahrzeug 21 Du bist komplett Also ab dafür Ach, da ist er Fahrzeug 21 Und Streife Können die wirklich bloß einen mitnehmen? Das ist ja doof Naja, okay Da muss ich ja noch einer nebensetzen Ne Vielen Dank.